Fürs Chili Zwiebel sowie Knoblauch schälen und fein hacken Hack im heißen Öl krümelig braten Zwiebel und Knoblauch kurz mitbraten Mit Salz und Cayenne Pfeffer würzen Tomatenmark einrühren, kurz anschwitzen Mit stückigen Tomaten ablöschen Aufkochen und 4-5 Minuten köcheln Ofen vorheizen 200 Schrägstrich Umluft 180 Gas-S-Hersteller Klammer zu Mais-Mix abtropfen lassen Zum Chili geben und erhitzen Zwei die Peperoni in Ringe schneiden Chips Chili und 3 Viertel der Peperoni abwechselnd In eine Auflaufform schichten Mit Chili enden Im heißen Ofen 7-10 Minuten überbacken Aus dem Ofen nehmen mit Schmand und Rest Peperoni toppen